Ich versuchte wirklich alles und verlangte ein paar Kids. Er lernte trefflich Gitarre spielen, besuchte den Songreinigus mit vielen Feindern, Text und Melodie. Auch Gesangsunterricht fehlte nicht. Da war Führung, da gab es nur ein paar Tricks. Ich kenne es ekel wie Weinklader, ein echter Gedankenpritz. Grüezi an der Ender's Agency. Ich versuchte den Songreinigus mit vielen Feindern. Fiekenfogen, Fiekenklack, Kopfbefesten, Fiekenfogen, I.S.M.S.T. Doch er flut hoch, es gab nur ein paar Tricks. Mensch, Opa, du bist wirklich gut dran. Das Töns auch gut, Kinder träumen muss er kaum. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool, ja, yeah, das passt schon. Au, wir haben ein supergein, supercooler Typ auch auf YouTube. Tromm und tromm und wächterner Kein. Check perfekten Rentner-Style. Schick, das ist gut, jetzt will ich gut. Und der Fluch hoch, trotzen die Klicks. Opa, Walla, Friedrich oder Merkel. Die Regierung war ein einziger Witz. Stell dir vor, wir lauschen gerne Gute, Kand und Getwurfen. Unsere Kultur in den Takt der Natur. Schick, das ist gut, denn alles ist das zu fern. Doch was ist das wirkliche Traum? Mir ist nichts bekannt, sag auch Obama. Doch auf YouTube gab's nur ein paar Tricks. Mensch Opa, ist wirklich gut drauf. Das Töns auch gut, Kinder träumen muss er kaum. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool, bleib her, das passt schon. Wow, wir haben ein supergein, supercooler Typ auch auf YouTube. Tromm und grob, dann trefft er nach Heim. Check perfekten Rentner-Style. Schick, das ist gut, jetzt will ich gut. Und der Fluch hoch, trotzen die Klicks. Im Bundestagsausschuss gab's nur Schluss. Vor wem haben die eigentlich Schiss? Wir werden nicht abgehört, die NSA achtet Recht und Gesetz. Die Antwort kann nur heißen und endlich abschalten. Europa hat die Kultur. Freiheit ist nicht und nicht spür. Doch auf YouTube gab's nur ein paar Klicks. Mensch Opa, ist wirklich gut drauf. Das Töns auch gut, Kinder träumungserkannt. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool, bleib her, das passt schon. Wow, wir haben ein supergein, supercooler Typ auch auf YouTube. Tromm und grob, dann trefft er nach Heim. Check perfekten Rentner-Style. Schick, das ist gut, jetzt will du gut. Doch auf YouTube spotzen die Klicks. Zur Bundestagswahl jedes Mal täuschen Politiker mit Hinterzeichen Drecks. Finanz- und Währungskrise geben keine Ruhe. Gewinner der Konzerne flüchten nach Banuatu. Die Reichen werden immer reicher, die Kassen gut gefüllt. Doch der bayerische Löwe hat immer Maut gebrüllt. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Dazwischen ist doch alles egal. Doch der Blut hoch gibt's nur ein paar Ticks. Mensch Opa, ist wirklich gut drauf. Das Töns auch gut, Kinder träumungserkauf. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool geil, hey, das passt schon. Wow, wir haben ein super geil. Super cooler Typ auch auf YouTube. Der Rock und grob, dann trefft er nach Heim. Check perfekten Rentner-Style. Schick, das grob, wird's really gut. Und da flut hoch, putzern, hier geht's. Der rockende Reichen-Revoluzzer sollte einschlagen wie ein Blitz. Als Mitglied des ADAC bleibt er sich verwundert die Augen. Was die im Haben aufgedicht, kann er kaum noch glauben. Wer fährt zur Demo mit der Bahn, gemeinsam mit Mut Rentnern? Wer kann die Dias in Piraten waren, um die Parlamente zu ändern? Das ist der Rechstreff-Klutzer, der Frühstücks-Musten-Schlutzer, der Kofferbarnabroller, vielleicht dem Rentner-Koller. Ist immer Mut an der Frau, sucht wirklich nach der schlechten Tag. Und häufig verankt, verankt, verankt. Da hat er seinen Frust her, der Elbden-Revoluzzer. Und dann... Tochter Kult für uns gab's nur ein paar Ticks. Mensch Opa, das ist wirklich gut drauf. Das Tönts auch hoher, kriegt nach der Münster-Kauf. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool, geil, yeah, das passt schon. Oh, wir haben ein Super-Kai-Kopf, war cooler Typ auch auf Youtube. Trock und groß und Rentner-Klein. Check perfekt den Rentner-Style. Shit, das Klo jetzt will ich gut. Wieder gut hoch, kurzer als die Klicks. Die 10 Rentner-Klein waren nicht dumm. Von Rentner sparsam, bis der Rektor untersetzt sich. Denn Revoluzzer haut kräftig auf den Putz. Ich weiß immer alles besser. Notiert, so müßt die Professor. In der Politik findet er Unterstoff. Die Rente mit 75. Fände ich für bitte sehr witzig. Weniger Rentner auf der Straße. Wo lebe der alten Hasen? Gefüllte Rentenkassen. Das würde den Jungen schon passen. Das wird ein paar Klicks. Mit Opa. Das sieht wirklich gut aus. Das klingt so gut. Das klingt nach Freunden voraus. Vielleicht versuchst du den Text mal so. Okay, cool, geil, yeah, das passt schon. Aber okay. Frau, gute Hunde. Wir haben einen supergeilover. Es war nur ein Hinterbuch auf YouTube. Rock und Club und Rektorne klein. Jeff und Beck, klopfen die Rentner-Style. Schillt das Klo zu jetzt. Wir sind gut. Und der Flutko. Wurzel ich jetzt. Der Internaussprinter kam zum Geburtstag gleich so kurz im Nächsten. Der Internaussprinter kam zum Geburtstag. 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 Der Internaussprinter kam zum Geburtstag.